Ich brauch das Brecheisen. Hey, haben Sie was gefunden? Was ist denn das? Gold. Echtes Gold? Heilige Scheiße. Die Haube ist aus massivem Gold. Wissen Sie, was das wert ist? Nicht nur die Haube, sondern das ganze Auto. Da hat der Mistgehalt das Geld gebunkert. Das Auto muss mindestens 800 Kilo wiegen. 32 Onzen pro Kilo, also gut 25.000 Onzen bei einem aktuellen Goldpreis von 1.872 Dollar? Josh, das sind um die 45 Millionen. Heilige Scheiße. 45 Millionen Dollar? Plus minus 10 Millionen. Mann, her mit dem Brecheisen. Ich nehme ein Stück von der Karre mit. Das heißt, jeder bricht sich was ab. Und wie soll das gehen? Nehmen wir ihn doch ganz mit.